Tatort, Sheriff Office von Playmobil. Lucky Joe befreit seinen Kumpanen. Sie planen einen Raubüberfall auf McLaren's Goldwien. Alles klapp wie geschmiert. Auf nach Playmobil City. Hier wollen die beiden groß feiern. Doch da, der Sheriff. Das Abenteuer beginnt mit Playmobil. Hallo Freunde, aufgepasst! Guckt mal, unser Onkel Ernesto ist Zauberer. Bei dem hat er aber auch gar nichts hingehauen. Aber da hatten wir eine super Idee. Die neuen Zauberkästen von Ravensburger. Tricks, die garantiert funktionieren. Und erst unser Spezialtrick. Die neue Zauber-Serie von Ravensburger. Mit Applaus-Garantie. Drei Häuser in einem für dreifachen Spaß. Barbie, drei in eins Haus. Ein Stadthausbaum, drei Räume hoch. Da spielt sich's toll im Nu jedoch. Wird zum Landhaus mit sehr viel Schick. Ein Hit von der Terrasse der Bläden. Dann das Strandhaus mit nem Zaun. Bringt noch mehr Spaß. Man glaubt es kaum. Drei Häuser in einem für dreifachen Spaß. Drei Häuser in einem Barbie, drei in eins Traumvilla. Neu von Mattel. Jetzt macht möglichen Doppelspaß. Denn zwei Möbel in einem, das ist doch was. Einerseits, da wird gegrillt mit allem Drum und Dran. Andererseits, da schaukelt man. Ein Vogel zwitschert dann. Und wie mal das Piano andra spielen kannst du auch. Dreh's um, ein Sofa hast du hier. Ne Liege wird da raus. Zehn Wahnsinns Möbel. Hier gibt's aber viel zu tun. Zwei in eins, Barbie Möbel sind der letzte Schreiden. Jedes Stück ist zwei, ja. Neu von Mattel. Evil Space Aliens. Die bösen Wesen aus dem Weltraum treten an zum Kampf gegen die Power Rangers. Power Rangers. Nur echt von Bandai. Attack Pack. Die Dinosaurier sind los. Sie preschen aus dem Dickicht des Dschungels und machen Jagd auf die Attack Pack. Aufgepasst, Tankasaurus greift an. Aber Stego Striker ist sofort zur Stelle. Blitzschnell verwandelst du die Dinosaurier. Dann zeigen sie die Zähne und kämpfen verbissen. Die neuen Attack Pack Dinosaurier. Von Mattel. My Girl. Toll, My Girl kann lesen. Aus. Und singen. Wenn sie die Ingel kippen. My Girl hat Durst. Mh, gut. Oh, jetzt hat sie sich erkältet. Mh, mir ist kalt. Ich habe Fieber. Hat sie. Sie hat Fieber und ihr Herz klopft. My Girl. Jetzt bist du gleich wieder gesund. Jetzt geht es mir besser. My Girl kann lesen, singen, hat Durst und sie bekommt Fieber, wenn sie friert. Ihr kleines Herz schlägt nur für dich. My Girl. Zapf, wovon Kinder träumen. Alles aufwachen. Die gigantische Parkgarage von Europlay. Rotierende Bürsten in der Waschanlage. Drei Parkdecks. Service Station mit Zapfsäulen. Bewegliche Hebebühne. Autolift zu den oberen Parkdecks. Schranke mit starken Soundeffekten. Der totale Spielspaß. Die gigantische Parkgarage mit elektronischem Lichtsystem. Natürlich von Europlay. Hallo, ich bin's, Polly Pocket. Hier seht ihr meine neue Stadt. Pollyville. Wow. Die kleine Stadt hat ein tolles Spielzeuggeschäft. In der Lichterstadt gibt's eine super Pizzeria. Und viel Licht. So wird die Hochzeit richtig romantisch. Polly Pocket. Polly Pocket. Das kleine Stadt und Lichterstadt. Zum Sammeln. Neu von Mattel. Hallöchen. Jetzt gibt's den neuen Frufus Kinderquark. Mit der ganzen Power aus viel Milch und Traubenzucker. Mh, mh, mh. Lecker. Und stellt euch vor, in jedem Frufus Becher steckt ein tolles Weltraumfigürchen zum Spielen und Sammeln. Frufus Kinderquark. Jetzt mit neuen Spielfiguren von Onken. Wir kuscheln heut Nacht. Gute Nacht, Barbie. Ich geb auf dich acht. Gute Nacht, Barbie. Dein Körper ist ganz weich. Sind die Zähne dran. Dann ins Bett. Augen zu. So ist schön. Schlaf gut. Wir kuscheln heut Nacht. Gute Nacht, Barbie. Gute Nacht, Barbie. Mit einem ganz weichen Körper. Von Mattel. Blatt in Sicht. Hey, wir haben sie entdeckt. Die Playmobil-Schatz-Innen. Gold, Diamanten, unglaubliche Schätze. Achtung, ein fremdes Schiff kommt näher. Schnell, verschwinden wir durch den Geheimgang. Die Playmobil-Schatz-Innen. Das Abenteuer wartet. Tracy Trike, Tracy Trike. Seid gern Deirat mit dir. Tracy Trike, Tracy Trike. Du hast viel Spaß mit ihr. Oh, Tracy Trike. Mhh. 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 Die einzige Frühstücksidee mit dem tollen Nesbik-Geschmack von Nestler. Schmeckt vom ersten Knuspern bis zum letzten Schluck. Quickie, gibt's in Australien jetzt auch Frühstück? Ui, noch mehr Knusperfrühstück. Bubbly Baby nimmt ein Bad mit dir. Bubbly Baby nimmt ein Bad mit dir. Bubbly Baby, du kannst spielen mit ihr. Bubbly Baby nimmt ein Bad. Bubbly Baby hat viele tolle Spielsachen. Die süßen Badetiere, das lustige Fischthermometer, das kuschelige Badentuch und viele, viele Accessoires. Bubbly Baby. Zapf. Wovon Kinder träumen. Tomi Motorblocks für die Kleinen. Damit können unzählige fantasievolle Fahr- und Flugzeuge gebaut werden. Alles aus einem Set. Tomi Motorblocks können wirklich fahren. Vorwärts und rückwärts. Einfach Motor an und los. Tomi Motorblocks. Tomi Qualität. Oh Baby Born, wir feiern Geburtstag mit dir. Baby Born hat Geburtstag. Das ist die Gelegenheit, um ihr ein neues Kleidchen zu schenken. Oder andere tolle Spielsachen. Und viele wundervolle Accessoires. Wir feiern zusammen mit Baby Borns neuem Geburtstagsset. Zapf, wovon Kinder träumen. Jump Run mit Jack O'Neill gegen Pat Ewing. Die New York Knicks gegen Orlando Magic. Highlife aus New York in Jump Run. Heute 10.15 Uhr in Sat.1. Madonna, ein absoluter Superstar. Und deshalb ist er auch am nächsten Sonntag bei uns bei Super. Wir haben in ganz Deutschland den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, Fragen an Madonna zu formulieren. Und die wird sie nächsten Sonntag bei uns beantworten. Exklusiv. Nur in Super. 11 Uhr. Nur in Sat.1. Genau. Nur in Sat.1. Nur in Sat.1. Nur in Sat.1.